ja und damit herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von um sie mittlerweile konnte ich ein bisschen mehr üben und habe auch vom lieben joshi ein bisschen eine einführung kriegt hilfe wo es sich bestellen kann etc was ich ein bisschen mehr achten sollte damit das nicht so eine gute stoffale fahrt wie beim ersten mal also sollte das ganze jetzt ein bisschen besser sein also wir sind im ruhrgebiet die 380 nach gelsenkirchen hauptbahnhof und dann hoffen mal dass das alles soweit gut wird und was der macht hat und ich habe ein paar hotkeys anpasst also es sollte jetzt wesentlich besser sein mal schauen wie ich klar kommt mit dem gelenk bus bestimmt wunderbar wir haben hier soweit alles schon vorbereitet wir haben noch viereinhalb minuten plus minus und dann geht es auch schon los fahrkarten will ich manuell machen türen sind offen nächster halt ist der scharrenweg schloss berge schneidnitzer straße am fetten kunden und so weiter ja wird spannend ob ich ob man vielleicht ein bisschen mit der zeit schieten sollten so minute knapp noch und die schöne ist auf der karte fahrt auch straßenbahn rum nicht mega geil cool dass ich desto mit dem ticket prüfen sie wie gesagt vieles von dem müssen noch neuladen beziehungsweise sehr lange nicht mehr gemacht ne ich glaube bei minus eins düsen wir dann dann habe ich noch ein bisschen puffer so tür zu so hinten haben auch zu und ich denke jetzt los ah ja da müssen wir jetzt mal gleich schön um die kurve rum dass die rote stehe schade ja das wird super oh fuck äh empel geil die ich jetzt von hier nicht sehe jo die ist ja rot ja fängt ja gut an erste ampel übersehen da ist ein blinker drin doch ahhhh kollege äh stehe ich da gerade ein bisschen ungünstig finde ich ähm ja ähm ja shit warte mal ich düse mal kurz zurück oh komm mir nicht so hinterher bitte ah der macht aber auch interessante Sachen ne ok ist vorbei äh wir haben grün geil auf ein neues so viel zu dem nach dem Motto es wird besser oh das ist so eine Menge ja also Gelenkbus fahren ist schon mal geil bei mir die ist eh schön ich brauche da noch ein paar Stunden wie das bei mir was anständiges wird naja und für mein Bremsproblem habe ich eine geniale Lösung die Bremse jetzt einfach auf dem Kupplungspedal dann ist das irgendwie feiner dosieren als wie auf der eigentlichen Bremse ich muss auch nur daran denken auch wirklich die Kupplung zu drücken ist bei der Testfahrt schon passiert dass ich auf die Bremse drückt habe und dann nein ich habe nicht so Bremse wenn mir dann eingefallen ist äh ja ist auf der Kupplung ok Gnas fahrt weiter wie viel Zeit habe ich denn nicht sehr viel komm ihr bleibt es dann nicht ernsthaft stehen oh so viel zum Fahrplan Kinder bitte nicht ja Gott sei Dank sie fahren weiter oh ja geil grün komm komm weg Dankeschön boah das Fosfiebeck ist immer heftig so wir sind 383 wir sind geradeaus wenn es geht nicht zu schnell fahren sagt er und fährt über 60 wir fahren geradeaus ok und die nächste halte Stelle ist überhaupt jemand ah na der ist eigentlich nicht für uns aber wir müssen dann links südlich aber jetzt überhaupt nicht auf die Ampel geachtet was ist fehlerbar geil oh man ey oh man cows father hier boi bitte einsteigen bitte einsteigen wie sagt man nicht dass einer von euch eine A-Karte haben will das sieht nicht so aus gut den Tschüsskowski ich hätte das nicht machen sollen und einmal rum hier Dankeschön Alter das Ding beschleunigt zu schnell so ist auch da gleich die Zeit ja bin schon zu spät wohin ich seh's nicht Schlossberge südlich wieder einsteigen wo hin Warschein Preis A einmal drückgehen gegeben vier kriegt's zwei zurück äh böse warte mal ist B A okay jo ich bin durch gut hat er Urlaubsgeld von mir gekriegt läuft schon mal gut also Moment einmal jetzt geht's äh Autobahn nach rechts wir fahren geradeaus am besten nicht über Rot die vermute jetzt mega geil da ja es könnte schlimmer sein Temperatur sollte auch normal sein Gott sei Dank ja weitestgehend automatisch hat jemand Bock kauft mir die Golf da kommt die nix schalt auf grün eigentlich könnte ich mit den hier machen hier machen ja genau jetzt sollten wir da sein los geht's los geht's ich weiß gar nicht links oder rechts ich bin halt die Route noch nie nein das sieht noch links aus jo ok hier ist sie frei dann fahren wir da mal rüber 30 alle klar moin sehen ok nö ok alle ausgestiegen so wie es aussieht kommen wir Tür wieder zu hab ich ach so nee alles klar jetzt ist gut einmal um die Kühe wieder boah sein Gelenkbus war das echt eine Herausforderung nächste Haltestelle am Fettinkutten noch einer der raus will machen wir gleich also weiter welche war ja nur 30 dann wollen wir mal den allzu sehr rasen hier interessante Strassenführung moin sind nee dann bitte einmal einsteigen tageskarte äh tages bitte einmal zurückgehen und dann klickt dann noch 10 sind zurück bitteschön geht schon besser Tür zu ich glaube es wird Sinn machen dass ich mir mal das track das ist tracky armor einrichte was rotenort wow die sind aber ganz schön dicht beieinander moin hallo moin moin gut gut Tür zu okay ah da vorne schon das nächste Jo, wir bleiben stehen. Wie gewünscht. Warum ist die Haltestelle so dicht bei der Kurve? So. Wie stehe ich jetzt eigentlich? Naja, ich könnte schon noch näher dran. Boah, Brotstein ist böse. So. Mach mal zu. Alles klar. Los geht's. Wo steht einer? Okay. Einmal schön rum hier. Ja. Check hier aber. So viel angenehmer. Na komm, Rampel. Hörst mich fahren. Oh wow. Ich geh genau auf den Mittelstreifen. Yes, wir grün. Ja, natürlich dürfen die jetzt auch fahren. Leute, komm. Gib's Gas. Gib Gas. Fahr mal jung. Kann ich an den Farb da reinhalten. Ah, enge Gesichter. Moin moin. Ja, gut. Ist auch dann nicht die Zeit. Ja, ich bin genau drin. Geil. So. Jetzt kommt ein Licks. Geil, wieder 50. Rasen. Die Hauptbahnhof. Wir müssen. Ich muss da stehen bleiben. Willy Brandtstraße Allee. Ja, ich muss da stehen bleiben. Interessant. Jetzt, dass ich dann nach links muss. Moin. Moin moin. Fahrschein. Ganz normal. Drucken. Gegeben. Hat einmal drei. Kriegt er noch eins zurück. Ja klar. Was? Ah, Fahrscheinpreis 2,80. Das ist dabei etwas wenig. So, bitte schön. Entschuldigung. Falsch gelesen. Ui, das Busunternehmen wäre nicht happy mit mir. So, da ist frei. Ah, Ansicht. Ich muss mir noch das Tutorial anschauen für die Straßenbahn. Jetzt so Bock, Straßenbahn zu fahren. Komm, liebe Ampel. Dankeschön. Dankeschön. So. Allzu weit dürfte es dann eh auch nicht mehr sein. Alles klar. Wir bleiben stehen. Hier, Wulschiess, mein Befehl. Geradeaus für uns. Alles klar. In der Zeit hätte man das dann schon intus gewohnt, wie ich fahren muss. Allerdings habe ich überhaupt keine Schreckenkunde gehabt. Brauche ich da ein bisschen Assistenz. Hilfe. Das sieht jetzt auch irgendwie geil aus, wenn die da so halbwegs synchron da rübergefahren sind. Oh, lass mich raten. Ich muss auch auf die linke Spur. Ja. So, Brems hier. Aber ich möchte auf die linke Spur. Moment, aber da vorne ist eine Haltestelle. Ah, doch, das ist aber schon richtig. Aber weit, glaube ich, jetzt... Ja, ich hätte jetzt... Nein! Mann! Wäre ich doch nur auf... ...einer Spur blieben. Der ist voll geil da, ne? Jo. Naja, ist wie es ist. Es sind aber echt viele Leute da für die Straßenbahn da. Da ist man selber nicht in Sicht. Ich habe sie bei der Testfahrt schon gesehen. Ah, der Tampel. Ich kann mir jetzt umschalten. Autofahren, bzw. Busfahren macht aggressiv. ... ... Süddeley. Kann ich nicht einmal aussteigen? Will eigentlich jemand einsteigen? Nein, ja. So, Abmarsch. Oh, das war zu früh. Dann werden wir bei der nächsten Mal ein bisschen stehen. Kein Wort verstanden von dem, was er gerade gesagt hat. Okay, ich darf mir von diesem Pfeil nicht zu irritieren lassen. Mensch, das waren noch Preise. Kann man von da hinten auch rauskommen? Was der Pfeil da so ist? Vermutlich ja. Oh, das Kurven und das Rücken dazu. Geile Kombi, jedes Mal. So, drehen wir einsteigen. Oh, jetzt kann ich aber hier schlecht zwei Minuten stehen. Ich blockiere ja alles. Ich denke, es ist eine Haltebucht. Beziehungsweise, ja, da kommen die Autos. Das kann ich hier nicht bringen. Lieber wegfahren hier. Ich bitte dich abspringen. Dankeschön. Da kann ich stehen bleiben. Moinsinn. So. Ah, bin auch kein VKD. Soll mir recht sein. Hm. Okay. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Moin Kollege. Ja, auch 380. Ahnung. Kann was los bei ihm. Ja, bei mir mittlerweile gut gefühlt. Sieht gut aus. Eigentlich so ein Nikeliner könnte man auch mal fahren. So, liebe Leute, ich würde sagen, es gibt mal kurz einen Cut für euch. Und wenn wir hier wieder auf Zeit sind, dann geht es gerade weiter. Also. Bis gleich. So, drehen wir sind soweit mal wieder in der Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das auch vorspulen können. Aber ich wollte jetzt hier mal wirklich warten. Und dann schauen wir hier, dass wir langsam mal rauskommen. Ja, jetzt ist die Ampel sowieso rot. Ah. Geil. Ich mach mal die Türen zu. Äh, ja. Also. Oh, geil. Wer wartet? Kamera. Ah, dankeschön. Okay. Haben wir noch ein paar alte Stellen. Okay. Das lief doch schon mal gut. Äh, was machst du da? Alle Linien geradeaus. Da halten wir nicht. Nur für ein NI11. Alles klar. Ja, vielleicht sehen wir doch noch irgendwann mal eine Straßenbahn hier. Okay. So, das sieht nach einer Haltestelle aus, wo wir vermutlich anhalten werden. Okay. Okay. So, das sieht gut aus. Was? Was macht der da? Wow. Alter. Alle einen an der Klatsche hier. Oh, das sind aber einige Leute, die da einsteigen. Gibt's eigentlich auf irgendeiner OMSI-Karte intelligente Ampeln, die für den Bus freischalten? Das ist irgendwie schlau, wenn man da hinten die Ampel auf grün macht, aber die Vorder auf rot lässt. Äh, Ampel. Wow. Da schalten beide dann um. Äh, ja. Okay. Ich steppel das mal unter. Das ist halt um sie ab. Alter. Dankeschön. So, liebe Leute. Einsteigen bitte. Guten Tag. Moin. Wie wäre es mit etwas mehr Licht im Bus? So dunkel? Wo das Licht nicht angemacht. Äh... Es wäre so dunkel hier, dass ich noch nicht mal zum freien Sitz erkennen kann. So, haben wir hier sonst noch was. So, jetzt müsste es so an sein, oder? Oh, Kamera. Ja, wird schon passen. Beziehungsweise schauen wir mal kurz draußen. Ja, das sieht noch nicht aus. Ah, doppelrote Welle. Mach dir Zeit. Na ja. Ah, das dauert nicht. Gut. Warten wir mal, bis sie wieder frei wird. Also, die Verkehrseinstellungen sind bei mir alle auf Standard. Komm mal, Audi. Los geht's. Komm mal, Audi. Los geht's. Aalte Wunsch. Jetzt machen wir. So. Wrenzstraße. Ist noch nicht für uns. Was machen die da? Ist ja jetzt komisch. So, wo muss denn... Ich steu jetzt lang. 3, 8... Wenn ich 11 gerät, ich würde 3, 8, 1, 3, 8, 0. Wir fahren mal nach rechts, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Aber schon 3, 8, 0, ne? Ja. Komm, wir doppelchecken. Ja, doch. Ich geh mich doch hier nicht aus. 3, 2, 2, 3, 8, 0. Komm, Ampel. Tu dein Bestes. So, da sind wir dann mal durchgefahren. Yes. So, und jetzt hier mal... Wow, 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 wow. Alter. Und gerade mal hier rein. Sieht die Aura. Moin, Moin. So. Freigabe. Moin sehen. Tageskarte, bitte. Tageskarte, kannst du ja haben. So, jetzt muss ich auf. Ja. Wie viel Münzen denn, ey? Vorschein, normal. Koste 2 hat mir 3 gegeben. So, kriegst du eins. Ah, nein, 280, Entschuldigung. Welchen Fehler wie vorhin. Kann man den Text da oben größer machen? Einzige Tabletkarte. Sag jetzt gerade hier. Kriegst du. Hat's auch wieder genau gegeben. Freut. Ich bekomme einmal die Tageskarte, bitte. Jo, bitteschön. Alter, wie viel Münzen! Hallo. Einmal alles komplett entleert von der Geldtasche. Gut. Plus 2. Wir sind zu spät. So, wir schauen mal aus. Wir fahren raus. 3-8-0. Oh, scheiße, wir müssen nach links. Wow. Nein, der Moped ist ein vorsichtiger Busfahrer. Ja, ich versuch's. Oder hat's vielleicht ein Hotkey, dass ich mal den Rückspiegel irgendwie einblenden lassen kann. Das wäre noch praktisch. Ich hab den jetzt echt nicht gesehen. Autsch, 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 Autsch. Ja, ich muss mal den Hotkey für die Ansichten anders legen. Das ist so nicht ganz praktisch. Na gut. Warten angesagt. Komm, Fahrer. Dankeschön. Ach, da wären beide Spuren nach links gingen. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Allein mal rüberziehen da. Und jetzt würde ich eigentlich gerne bitte rechts. Ne, das ist noch ein Auto. Oh, ne. Ich komm mit dieser Kamera ansichtvoll nicht klar. Die Polizei macht auch hier die Kontrolle. Weh, du gehst wieder auf Rot, bevor ich da noch nicht drüber bin. Jetzt will er da links... Wollte jetzt nicht gerade links abbiegen. Der Weiße da. Hör dir, gibts Gas. Yes, wir haben's geschafft. Müsste das hier sein, oder? Ja. Moin. So. War gerade eh? Nö. Gut. Perfekt. So. Freigabe zu. Gott, keiner. Sehr gut. Vorletzter Halt. Alle verrückt hier. Neben mir. Das davor scheint es schon zu sein. Und schön drüber fahren. Jetzt wo er noch grün ist. Ja. Oh, ob sie bitte crashen. Bitte, bitte nicht. Danke. 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 Und noch. Guten Tag. Hallo, Fußfahrer. Fahrschein. Voll. Süder. Schön. Oder er hat es mir sogar genau gegeben. Geil. So. Tür zu. Und er ist frei. Ja. Schaut, dass diese Ansagen relativ leise sind. So, wie lange ist die Schlange? Ja, okay. Ibis Hotel war ja auch schon drin. Eigentlich ganz okay. Ein bisschen teuer. Wir müssen nach links. Bei der Nächsten oder die, was dahinter ist? Okay, nass. Ich glaube, ich gehe schon mal auf die linke Spur hier. Ach, da sind wir da wo beide nach links gehen. Ah, nee. Hätte da bleiben können. Ja, das ist ja geil. Ah, warum? Was kann ich mit dem falschen Moment legen? Oh, ich muss nach links. Schon wieder. Ist doch vielleicht ganz gut, dass ich da jetzt links gefahren bin. Ah. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Terminus finden. So, links fahren ist nicht. Noch nicht. halt. Halt. Ne, zurück. Wollen wir jetzt. Wenn wir die Ampel sehen können. So, los geht's. Ausholen. Oh, eng. So, 380 Grad aus, Gessenkirchen, 380 Terminus. Geil. GEBU Rathaus, 380 Terminus. Ich hoffe, der ist richtig hier. So, liebe Leute, wir wären da. Bitte einmal alle aufsteigen. Okay, das seht ihr es jetzt gerade nicht. Ich war tatsächlich bei zwei Stationen zu früh. Ansonsten okay. Und beim Hauptbahnhof bin ich zu spät angekommen. Drei Minuten zu spät. Aber ansonsten war es gemäß Fahrplan eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, aber da ist noch Luft nach oben bei mir. Also, es ist schon besser als das erste Mal. Aber ich glaube, ich fahre noch ein paar Mal. Und dann wird es irgendwann mal was. Ich hoffe, es hat euch gefallen auf dem kleinen Abenteuer. Wenn es euch gefallen hat, lasst es vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.